Wer ist das für nicht? Ach, mieses Arschloch. ich habe die scheiß ich werde die 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 ich fühlst du dich super hier du solltest was essen du musst hungrig sein du warst lange bewusstlos was ist das es ist wild mit etwas mensch als beilage nein nein versprochen es ist das hirschfleisch du bist ein mieses schwein so ein vorschnelles urteil wenn man bedenkt dass ihr auch tötet wie viel waren es die haben uns keine wahl gelassen du denkst wir haben eine wahl ist es das ihr tötet um zu leben genau wie wir wir müssen für uns selbst sorgen und tun was notwendig ist na toll und was jetzt werdet ihr mich in kleine stücke hacken nicht unbedingt bitte sag mir deinen namen du bist komplett durchgeknallt ganz im gegenteil ich war ziemlich ehrlich zu dir aber jetzt bist du an der reihe es ist der einzige weg die anderen zu überzeugen überzeugen wovon dass du zu uns passt du hast herz du bist loyal und besonders du bist Du dummes kleines Miststück. Du machst es mir wirklich schwer, dich leben zu lassen. Was soll ich denn jetzt den anderen sagen? Ellie. Was? Sag ihnen, Ellie war es, die dir den Scheißfinger gebrochen hat. Wie sagtest du noch? Hm? Kleine Stücke. Wir sehen uns morgen, Ellie. 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 Okay. Fill them for this, too! Fill them for a�만! Erli! Wo ist sie hingelaufen? Wo ist sie? 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 Was willst du von mir? Was soll ich? Du bleibst hier. So. Das Mädchen. Ist sie am Leben? Welches Mädchen? Ich kenne kein Mädchen. Fuck! Jetzt zieh mich an sie her. Ich hole dir die verdammte Kniescheibe raus. Das Mädchen. Sie lebt. Sie ist Davids neues Spielzeug. Wo? In der Stadt. In der Stadt. Jetzt wirst du es mir auf der Karte zeigen. Es ist hoffentlich derselbe Punkt, auf den dein Kumpel zeigt. Mach schon. Da ist es. Er bestätigt das. Frakelt doch. Na los. Ich lege nicht. Verdammte Scheiße, Mann. Er hat dir doch alles gesagt. Von mir erfährst du einen Scheißdreck. Ist schon okay. Ich glaube ihm. Nein. Mach schon auf. Na los, komm. Hör auf damit. Ich hab dich gewarnt. Ich bin infiziert. Ich bin infiziert. Wirklich. Und du auch. Genau da. Roll den Ärmel hoch. Guck's dir an. Ich mach das Spiel mal mit. Was hast du noch mal gesagt? Nichts passiert ohne Grund, ja? Was zur Hölle ist das? Sie wäre längst verwandelt. Die will uns nur verarschen. Für mich sieht's verdammt echt aus. Was ist denn bloß los mit denen? Ich bin infiziert. Geist du hin, Elli? Mist. Verschlossen. Okay. Ich brauche eine Waffe. 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 Okay, du kannst nirgends hin. Bist du raus? Dann hol dir doch den Schlüssel hin. Du bist nicht infiziert. Wo bist du jetzt? Du bist nicht infiziert. Oh Gott, kein Infizierter kämpft so hart um sein Leben. Oh, ich brauch die Schlüssel. Das war gut, Kleine. Alles kommt in Ordnung. Du Überraschung. Ach. Soll es da? Ah, Gott. So schade, dass du uns ablehnst. Jetzt ist es zu spät. Ich seh dich. Lauf, kleines Säschen, lauf. Lauf, kleines Säschen. 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 Das war's. Das war's. Das war's.